Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Trouble in Terrorist Town mit den alten Bekannten und Verdächtigen Maxi McFly, Grenz, Julia Trin, Mr.HP, Lobio, Stylokat, Hochi, Gurubai und Good Gaming Ich glaub Grenz hat schon wen gegründet Ich will ja nix sagen, er hat gemordet Ja, schwimm mal, schwimm mal ne Runde Nein! Du hast doch jemals schon umgebracht Nein! Nils, töte Zoro Nee, hab ich nicht Oh, ich will deine Waffe Weißt du, töte Goro, nein hab ich nicht Aha, hast du eingesprungen Ich verfolge jetzt die ganze Zeit Oh Mann, den häng ich jetzt am Arsch Der hat auch schon so ne Runde bei mir Ui! Ich weiß mich aber zu wehren Ich mach die guten Moves und häng dich ab Ha, tschau! Verzier dich! So, jetzt kommst du nicht mehr, siehste Tschau Goro Ich hab ihn abgehängt Ich hab's genau gesehen, ich hab's genau gesehen Oh, kommt da ein Headcraft Launcher? Nein Ist halt nicht dran gehört, aber Das ist ne heilige, das ist ne heilige Das ist ne heilige Bitte verratet mich nicht an Goro Oh, da liegt mir sort of Das ist hier in dem Haus Sehr cool Da bin ich, da bin ich Run out of the lobby Da ist er Wetterfalle aktiviert Das is great Hä? Oh Gott! Da Opfer ich mein Leben für Müssen wir hier auch raus? Ja, tschau! Müssen wir hier auch raus? Anscheinend schon Seit ihr im Haus? Muss ich aus dem Haus oder aus der Lobby? Aus der Lobby stand da Aus dem Haus, aus dem Maze stand da 30 Sekunden, ich weiß nicht genau was das ist Ich geh aus dem Haus raus Du warst sicher Habt ihr Goro getötet? Nein Warum nicht? Ich glaube gleich Der hat mich aus dem Fenster geschubst Hä? 30 Sekunden sind da links rum, oder? Doorlocker ist geil Äh Hallo Ich hab's überlebt Ich hab's überlebt Was war denn das? Keine Ahnung Plötzlich war dann Labyrinth Hallo Leute, Goro hat mich aus dem Fenster geschubst Wieder war ein Labyrinth Oh oh, Lobbius verfolgt mich Ich war in der Luppe und plötzlich war dann ein Labyrinth Ja genau Lobbius, wo bist du? Ja genau Als ob ich euch verfolge Ja, hab ich gemacht, aber irgendwie nachher zeig Jaa Gorenz und Goro sind es Goro ist es auf jeden Fall Gorenz ist es Gorenz ist es Okay, AGP hat DNA von Gorenz dran Goro? Du hast ihn grad erst confirmed Gorenz? 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 Ey, lasst es euch gesagt sein Ich hab gar nicht gewusst, wo der Schuss herkommt Gorenz? Ja, können wir machen Golddetektiv Gorenz? Ich hab mich wegteleportiert, Anne Ich hab mich zu Dalu teleportiert, da fühl ich mich sicher Bitte nicht tötend Gorenz ist es Nils, ich wurde eingesperrt in der Trader-Fall Gorenz? Äh, nein, kann ich nicht, sorry Gorenz? Oh, Mann Ich mach jetzt einfach mal Rappi Komm, was soll's Oh, du Monster Ich hab nix gesehen Hey, ich hab nix gesehen Ich geh ins Baumhaus Lass mich Gorenz? Robios, hast du Gorenz gekillt? Gorenz noch Gorenz hat ne Plasma Jürgen Gehebse Und Jürgen Gehebse Und Jürgen Gehebse Und Jürgen Gehebse Erstmal Mikromunuten Was mich hier mit meins Ich bin fast tot Also ich fand das quasi Ich war in ner Traitor-Falle Bin ich immer steil, einfach an der Runde schon Dalu, Axis Lass mich in ne Ecke hier wenigstens Ja gut Sag mal, Goro, hast du irgendwen jetzt noch nicht verdächtigt? In hier Oh Aber es ist Dalu, oh shit Lol Ja, hier war grad ein Dead Ringer Andere Seite Hast du den Schuss überlebt? Kann schon sein Andere Seite Nils Oh Mann, oh McFlyth höhle sie alle bitte Oh Gott, hier geht ja die Party Was ist das denn? Wieso McFlyth höhle sie alle? Bist du nicht Bist du nicht Ist alle Traitor damit Sucht ihr mich gerade? Nee Okay Ja Dalu, du hast mich mit eingesperrt Hä? In die Maze oder was? Ja Oh Gott, mega lag des Todes Oh, war das gut Oh, bist du blind Ich hab nichts gesehen Ich bin vor deiner Nase erschossen worden und Dalu stand hinter dir Ja und das ist dann weggegangen Das hat er ja nicht gesehen Ja und dann ist er weggegangen Das konnte er doch gar nicht sehen Dann hab ich wieder von der anderen Seite geguckt Das ist hier oben Der ist einfach blind Okay, das sieht irgendwie sehr gefährlich aus Julia ist von seinem Plasma an die Hacke geheftet Da steht jemand und winkt in dem gelben Ding Ja Den musst du tönen Nein, da musst du hinlaufen Boah, ich hab dich die ganze Zeit auf dem Radar schon gesehen in der Seite Und dann? Hab gechillt Und dann kam der Friendship Game Wenn ich zu dem hinlaufe, was ist denn? Und dann hat Grants mich noch abgehängt Übrigens als Traitor, ich hab's aber leider nicht rausgefunden was das ist Auf dieser Brücke zu diesem Schiff ist ein Bombensymbol abgebildet Ja, ich hab auch noch nicht Ja, ich war da bei der Nähe, aber da ist irgendwie nichts erschienen Das ist Lava Keine Ahnung Das ist Lava Das ist Lava Braune Suppe ist Lava Wenn ich gleich nicht Grants töten tue Geht jetzt hier bloß weg Geht hier raus Geht hier raus Ne, das Zeichen siehst du mit jedem Wenn Goro mich jetzt wieder verrückt Ja, ja, ja Ist das die Mission? Als wenn du das Chef hier wärst, oder was? Ja Du bist nicht so Chef hier im Puff Goro, wo bist du? Komm, ich kann ja nicht Ich kann ja nicht Bist du das Goro hier ein Fahrrad, damit du ne Chance hast Ja, es geht nicht Damit du ne Chance hast hinter mir her zu kommen Ach so Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Hast du es rausgefunden? Ich häng mich richtig an Goro? Siehst du mich hier? Siehst du mich hier noch? Pass mal auf, ich mach jetzt einen Zaubertrick Ich hab nämlich einen Teleporter, weil ich bin Traitor Weg ist er Weg ist er Alter, weg ist er Alter Alter, Kranz So, gut Gaming Wie geht's dir Nils? Hast du mich echt nicht gesehen hier drin, Goro? Aha, denn Nils will traitern Wo bist du hingegangen? Ich bin mit dem Fahrrad weg Horchi, warum hast du so wenig Leben? Jetzt bin ich hinter dir Oh, oh, fuck Du bist ja wirklich hinter mir Get out of the lobby Goro Was? Komm mal her Ach, nein Nein, nein, ich zeig dir den Geheimgang Ja, Horchi Ich hab den Traitor gekillt Ich hab den Traitor gekillt Ich hab Horchi gekillt Was war das? Voll geil, ne? Die knallen bei dir oben Die Brücke ist jetzt mit dir Einfach wieder durch das Wasser oben Ne, durch Ich hab die Brücke kaputt gemacht Durch das Wasser oben? Kann man da rein? Hier Hier ist die Traitorleiche dabei Warte mal, da los Achso, ah Was machst du denn hier oben? Ich versteck die Traitorleiche Und sie bist du hier hochgekommen Okay, wir müssen jetzt auch mal aufpassen Weil ich glaube, es sind schon Leute gestorben Hallo, hallo, hallo Und du bist Detektiv Mach mal deinen Job, ey Da hinten zielt jemand auf mich, Anne Ja, ja, da, lo Nein Hoch Da ist schon wieder jemand bei mir in der Nähe gestorben Ich hab sie jetzt aber auf Anne geschlossen Hoch, ja Hoch, da ist Doro, wollen wir Anne ausruhen Oh nein, sie geht weiter Also unter dir ist direkt jemand Unter dir ist jemand direkt gestorben Ja, genau Unter mir Wie soll ich das machen? Im Bauch Anne An der Leiter Komm, wir schießen ihr ins Bein Was, sie hat aufgeschossen Bin ich ja nicht schuld Jetzt haben wir auch gar nichts Konfirmt, dass wir die Leiche Checkt die Leiche ab Haben wir dich getroffen? Ja Hier ist wirklich jemand tot Guru Aber Julia ist runtergefallen Ja, Anne gibt ja auch unser Detektiv die DNA nicht her Die ist direkt neben dir Das ist das allerletzte von ihr Nee, ey Hab sie Oh, ich hab sie Ich hab sie Toll, sie war inno Ja Du musst auch mal auf den Detektiv hören Anne Wir machen hier, wir machen hier Roleplay heute Und nicht die feine Art des Roleplays Hast du den Newsletter nicht gekriegt? Mann Halt die Fresse Halt die Fresse Halt die Fresse Wie viele Radarpunkte hast du noch, Guru? Etliche Ah, okay Hier Wo bist du denn hin? Wer kommt denn hier? Kann man nicht einmal in Ruhe auf den Baumhaus? Basti hat da drin wen erschossen? Basti hat da drin wen erschossen? Da liegt jemand so drin Im Baumhaus Ich hab den erschossen Achso Oh Mann Wir geben's auf Dete und ich Ich hab ja echt keine Ruhe, ne? Guten Abend Jetzt ist der Guru bei auch noch hier Oh, aua Hier ist ne Bombe explodiert Was? Hier drin ist ne Bombe explodiert oder so Ich bin jetzt Leute, ohne Witz Ich bin dafür wie erschießen AGP und die Runde ist zu Ende Ja, okay Wo ist er? Ich spinne es doch gar nicht Natürlich bist du's, du Lübe Kannst du dir die Runde die leisten? Ich weiß, dass du's bist Was? Oder wenn er's nicht ist Wenn er's nicht ist, dann ist es Grenz Nein, 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 nein Ich bin bei Goro gewesen die ganze Runde Nein, Grenz, du hast Anna auch einfach erschossen Nein, ich glaub sogar mehr, dass es Grenz ist Wegen dem Roleplay Nix wegen dem Roleplay Weil du tradest Du hast doch den Newsletter geschrieben gehabt Nein, er ist Göz ist doch Grenz AGP ist es nicht Ja, endlich Wo ist er denn? Jetzt lasst ihr euch von Dalu wieder hier raus Nein, ey, das ist so'n Quatsch gewesen Was du grad gemacht hast Silent Sniper Ja, es ist Grenz Nein, er hat keinen umgebracht Grenz schießt hier rum Wo denn? Ja, genau Er ist im Haus, oder? Ja, das ist er Ey So Wie? Der ist es ja gar nicht Doch du Wer? Du Weil alle sind tot Quatsch Doch der Hä? Haben wir Ich bin verw- Was ist ja der? Oh doch Ach wir haben ja stimmt, wir haben ja 3 Lobius Hier in dem Haus In meinem Baumhaus Also kannst das eigentlich nur du sein Ähm, ich hab grade Grants erschossen Du bist der letzte Also Lobius Ich bin nicht der letzte, Lobius ist ja noch hier Ja, Lobius ist nicht Ja, ist der Dete Genau, der Dete ist der Traitor Jetzt überleg nochmal Ziel 1 plus 1 zusammen Mein guter Nein, 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 nein Der Lobius ist noch hier Ach ne, der Lobius ist ja Der Spitz ist ja selber Äh Sauber Luck-Shot ey, Luck-Shot Bist du ja nicht ganz durchgekommen Na ja, aber Quatsch Hat das ein bisschen gedauert Na hat er halt wirklich zu leicht gemacht Der andere echt sich das an Ne, ne, aber dann hab ich mir gedacht Irgendwas stimmt da, der ganze Aber du bist die Das ist nicht das Wort Das ist ja nicht so schlimm Keiner macht was Ich renne an allen vorbei So, lalala Ja, aber Anne, du hast echt nicht die Leiche Die lag direkt vor der Leiter Und du bist einfach lalalala Ne, ne, irgendwann war mir die Geschichte Sehr suspekt Da ist nix drin, Lohus Ja, dann geht doch bitte wieder raus Wenn hier nix drin ist Oh nein, jetzt kommt ja auch noch andere Also von mir hatte Grants Freis geleitet Ja, da lag das größte Problem, glaub ich Ich dachte ja auch erst Du hast auf mich jetzt geschossen, Goro Ich war schon enttäuscht Das ist nicht hier raus Das ist nicht hier raus Das ist nicht hier raus Oh Arlo geht in den Geheimgang Der geheime Wasserfall Ist da ein Gang drinnen? Ja, ja Ich kann hier nicht Echt? Ja, und wo kommst du dann raus? Hinterm Haus Hey, du hast zugemacht Ich bin ja auf Traitor Geht mal da weg 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 Entschuldigung, hat er gesagt Frei zum Abschluss Hä? Geht? Agipis freiser Abstoß Agipi, das ist ja Agipi, agipi, agipi Die ist geestroft, wenn das eine Heilige ist Entschuldigung, Julia Ich bin tot Das ist eine Inzi-Ginzi Weg. Wieso ist denn jetzt, na jetzt häng ich toll Warte, warte, warte Jetzt häng ich fest Na, Inzi ist auch schon krass, Agipi Ja, ich bin auch, auch, Agipi, ist doch sehr verdächtig Ich hab Julia getötet. Ich auch. Ich hab Julia getötet. Ich hab Julia getötet. Ich hab Julia getötet. Wir haben alle Julia getötet. So, jetzt geht mal. Kommt mal her, gib dir den. Gramps und ich haben auf Julia auf jeden Fall geschossen. Gramps hat auch mit drauf geschossen, das glaub ich. Geht jetzt da weg, Max. Ich was glaub ich nicht. Gramps und Zoro sind gedacht. Mit dir red ich gar nicht, du. Geht dir da nicht auf? Mit dir red ich gar nicht. Was willst du? In deinem Shop gibt's was ganz tolles. So ne Piste. Hör auf, musst du schießen. War ich doch gar nicht. Schieb mich weiter, schieb mich. Von hinten kam, dass du witspoilt. Schieb mich. Hast du mal eine Chemischanzeige beachtet? Oh, wollt ihr mich alle verarscht? Jetzt häng ich hier auch noch fest. Warte. AGP tötet uns! Nein, ich mach gar nicht. Aber irgendwas hat... Lobbios ist tot! Ja hier snipert jemand rum wieder. Ich bin gleich auch tot. Lalalalalalalalalal. Helpt mir! Rette mich, McFly. Irgendwie. AGP ist es! AGP! Kilt ihn! Kilt ihn! Kilt ihn! Überhaupt nicht! Wer ist denn jetzt? Das helft mich! Ich hab euch versucht zu helfen. Ich muss es tun. Und das heile Sniper mit dem Helm. Das war es wie eine Heilige. Wer hat aber auch auf den Schieb? Wer war das? Wer schießt denn hier? Ich glaube, dass... Du musst... Du musst einen Body blocken. Mackie, lebst du noch? Mackie? Ja, ich lebe noch. Ist gut Gaming nett oder böse? Das kriegen wir noch. Oh, Dalu hier, der Schlingel! Ja, klar! Ah, Himmel! Er ist auf dem Dach! Er ist auf dem Dach! Oh, da. Oder ist Disguised? Beide Disguised auf dem Dach. Dalu und Lobius oder was? Egal, auf dem Dach halt. Ey, die sind beide Disguised. Ja, Dalu ist das. Ja, keine Ahnung. Dalu ist das auf jeden Fall. Die Disguised. Die grad tippen. Genau die sind das. Ne, das sind die, die tot sind. Ne, das sind die, die tot sind. Du merkst, der hat geportet. Wer hat eine geportet, Gant? Oh! Der denn her! Okay. Da war's nur noch einer. War aber ne blöde Runde. Die ganze Runde dann nur... Grainz ist schon lange tot, ey. Mein Spiel ist abgeschmiert. Na gut. Geblieben. Oh nein. Immerhin hast du mich in meinen Lieblingsraum getragen. Okay, wir verbieten die Portal Gun. Ich sagte doch noch. Wir verbieten die Portal Gun. Jetzt kannst du dir doch denken, dass da alle stacken. Hä? Was denn? Wusste ich ja nicht. Portal Gun ist ab jetzt verbrannt. Aber wer hat denn die beiden verbrannt? Gott ist das an mittlerweile. Nicht aufregen. Du bist einmal 80 Jahre später, du bist dann tot. Gouroumei hat ja gelogen, als er gesagt, Grainz hat mit drauf geschossen. Weil Grainz war da schon tot. Aber ich hab gedacht, dass Gourou das vielleicht checkt und dann weiß, dass du Traitor bist, weil du ja meintest, das glaub ich aber nicht. Deswegen bin ich da hinten hingelaufen, weil ich wusste, dass jetzt... Das ist mein Revier. Nee, das ist jetzt mein Revier. Und dann lag da die Leiche. Wenn ich jetzt Traitor wäre, dann habt ihr alle drei ein Problem.